moin meine lieben leute und willkommen zurück auf meinem kanal zur weiteren folge medium und wir suchen wir noch nach thomas haben wir noch nicht gefunden dafür aber noch mehr schrecklichere räume lassen wir weiter laufen so ach so falls ihr mal wissen wollt wann video erscheint so kann ich den twitter account empfehlen schreibt da nicht viel es geht einfach nur darum zu sagen wann ein video erscheint so und natürlich könnt ihr mir gerne das auch da lassen ein bisschen energie müssen wir finden damit wir diesen ekligen vogelschwarm dabei gefallen können das kann auch sehr gut sein das licht der leute ist genug zu verbreiten klar ausgetrockene blume ist immer super kann man immer gut gebrauchen ok konzentriere dich auf die geisterwelt ok 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 Okay. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Ich würde behaupten, die Tante war einfach geisteskrank und hat ihn selber in den Rollstuhl gepesselt. Das ist doch dieser A.T., der den Liedesbrief da nicht erwidert hat. Du siehst doch garantiert die Ursula, die durchgedreht ist. Behaupte ich mal. Vielleicht kann man nichts machen. Okay. Ursulich. Komm ich hier raus? Nee, gar nicht. Okay, was ist hier noch niemals? Das ist ja die Badewanne, die wir gerade eben gesäubert oder rausgeholt haben. Okay, also irgendwas muss man hier machen, glaube ich. Aber hier ist nichts, ne? Okay. Eventuell können wir diese Blume in diese Vase packen, die wir entdeckt haben. Die da zum Beispiel. Ach, guck mal. Ah, okay, so geht's funktioniert jetzt also auch. Das ist natürlich auch praktisch. So, jetzt können wir auch zu diesen Dingern da rausgehen. Die stehen noch nicht mehr. So, jetzt ruhig gehen. Perfekt. Ich mag lots. Ich weiß nicht, wie lange mein Schild hält, dann geht's um den Wadder. Alter, wie viel sind das? Okay, ich bin draußen. Okay, hier sind wir draußen. Hier, wo? Nee. Hier, wo? Medium Rare. Okay. Das Mädel? Pushpun hier irgendwo? Nee. Da kommt auch nicht rein, okay. Oh, es geht wohl nur nach oben. Nach unten hab ich gesehen, ist abgebrochen, genau. Da können wir nicht hin. Dann gehen wir nach oben. Aber es ist total wert, sich auf irgendein Bildschirm zu konzentrieren. Ich konzentriere mich eigentlich nur auf einen Bildschirm. Weil ich kann ja auch beide, kann man auch nicht gleichzeitig gucken. Das kann der schon schräg. Oh, warte mal hier. Was ist das denn? Das muss man doch bestimmt schieben. Ich kann ja auch mal hier aufmachen. Vielleicht. Ja. Okay, bevor wir da hochgehen, konnte man noch eine Etage höher gehen. No, das ist so. Okay, dann geht man den Weg. Lass doch mal gucken. Links oder rechts? Oh, nee, wir gehen erst mal rechts. Okay, da geht's nicht weiter. Unser Kartoffelmesser haben wir aber nicht mehr. Oder Mist. Doch, haben wir noch was. Wir wollen doch aufschreiben. Weil hinter mir die Motten, die ich sehe, ne? Die jetzt gleich tot bin. Weil die Motten nicht alle anschließen. Kann natürlich gut sein. Ich bin ein bisschen fest hier. Man merkt schon, was man macht durch die Vibration hier. Joy-Pad. Joy-Pad. Ich hab nichts vor vor. Komm, Joy-Pad. Okay, ich komme nur durch, wenn wir natürlich wieder ein bisschen Ergung haben. Weil ich gucke, unser bisschen Ergung finden. Ich hab wieder nur alleine reingegangen. So, was finden die drin? Hier waren wir schon mal drin. Oder bin ich jetzt verkehrt? Da waren wir doch schon. Okay, aber wenn wir da schon waren, dann können wir die Energie auch wieder aus dem anderen Ding da holen. Dann müssen wir ja nicht so weit weglaufen. Da sind die Motten. Können wir hier einfach runtergehen und die Energie von unten wiederholen? Nicht verkehrt. Oder kann man das mal einmal von der Sonnenblube? Nee, das waren doch schon mehrere Male holen, ne? Wir gehen mal runter und gucken nochmal. Okay, da kann ich ja nicht mehr durch. Da sah der Raum gerade nur genauso aus wie... Hä? Okay, wir sollen mal nach oben gehen. Verstehe ich auch gerade nicht so. Also eigentlich waren wir da ja noch gar nicht. Wir sind ja auch relativ neu hier. Aber wir können definitiv nicht... Da können wir auf jeden Fall nicht längst. Das ist schon mal klar. Also wir können in diese Richtung. In diesem Raum waren wir ja schon drin. Wir gehen mal kurz weiter, was da noch kommt. Crazy, hier waren wir doch überall schon. Wir sind ja schon wieder hier. Wir haben es durch einen neuen Weg geschafft. Also trotzdem wieder bei dem alten? Hm, das ist doch verrückt. Wir gehen mal kurz hier heim. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe hier. Ich glaube aber nicht. Ja, hier ist alles. Fuck. Wir haben hier nur so eine Abkürzung freigemacht. Das wäre ja auch irgendwie schwachsinnig. Na gut, dann gehen wir nochmal runter. So, wir wollen nur mal gucken. Können wir uns ja vielleicht noch mal Energie holen bei dieser Sonnenblume? Wenn ich ja mal wüsste, wo die war. Da kommt man auch nicht hin, was ist denn? Ist da eine Karte hier irgendwie? Ne, haben wir nicht. Ich dachte, da war irgendwas drin im Raum, aber da ist nichts drin. Okay. Ja, aber nicht. Dann müssen wir nochmal oben gehen. Dann muss ich nochmal gucken, welchen Weg wir da jetzt einschlagen. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Wir werden hier mal aufpusten. So ein bisschen Leben bekommen. Aber es ging ja nicht, ne? Ich konnte ja nicht hinkommen direkt in die richtige Tür wieder rein, oder? Wir testen es nochmal. Pass auf. Wir machen das nochmal. Das ist jetzt nicht längst. Das ist eine Special-Tür. Komm mal rein. Nein, Leute, wir könnten hier durchgehen, oder? Hier durch. Hier durch. Da wieder runter. Das ist ja auch da wie. Das ist ja. Das Ge shaken. Ja, ich arbeite auf. Ja, ich weiß, ich... Ja, ich verstehe. Ich verstehe, einfach ein paar Zeit. Ein paar Tage. Du kriegst das, was du willst. Oh, diese Sprache. Ich weiß nicht, warum, aber es gibt mir Schmerz. Aber da kommen wir ja nur so durch, ne? Mit diesem Ding. Und da kommen wir. Dann kommen wir ja auch. Ich bin schon wieder hier. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich hin? Verrückte Scheiße. Das sind die Fußspuren von dem Mädel. Die Frage, welche Richtung geht das Mädel? Geht die Richtung. Sadness? Oder habe ich noch genug Energie, um da durchzukommen? Vielleicht. Warte mal. Okay, ich hatte noch, wenn ich nicht wusste, ich nicht. Ich kann das nur einmal einsetzen. Und anscheinend fängt es abends an. Oh, gerade geschafft. So, wir sind gleich drauf gegangen. Huch. So. Komm mal wieder runter hier. Soll ich schon wieder sehen. Ah, hier. Okay. Ein Stück Geschichte. Zeitzeugen sind wir nicht. Ah, wir können hier. Was machen wir? Thomas Rekord, wo ist der Chef? Marianne. Oh. Sadness. We gotta stop meeting like this. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy. Sad. This place is huge. Easy to get lost. Just, just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. You're funny. Ha ha ha. This, Thomas Rekordich. Huh? Oh, right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekordich? Was he the manager here? I, uh, I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here. Very recently. I think. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same. All wrinkly and all bleh. Hey. That's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one here. Sadness? Okay. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Okay. Oh. Locked. Okay. We need something to close. What is there still so? Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. What the hell happened here? Someone wrote this recently. Drei Uhr. Aufstehen. Nicht den Wecker ausschalten. Medikamente. Den Waldweg überprüfen. Zum Hotel. Die alten Zeitung sortieren. Die Nachforschung. Fortsetzen Fotos entwickeln. Wenn Zeit ist. Das Büro überprüfen. Bücher. Nach Elseen. Okay. Burnmarks. Broken glass and... Is that salt? Klar. Um ein Hexenkreis zu machen. My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. To call me. Das is ja gruselig. Wer mag dich da anrufen haben? Oh, da. Huh. This is signature. So he designed this whole place? Was wissen die doch schon? Who are you, Thomas Reykjavik? Hm. Naja. Der Architekt. Ist doch irgendwas. Oder kann ich nur von der anderen Seite? Naja, das ist doch was so, ne? Hm. Kann ich nicht. Hä? Kann ich echt noch wo ist? Meint ihr das von der anderen Seite? Na okay, da liegt noch was auf dem Boden. Das hab ich nämlich gerade eben nicht gesehen. Ich deb. Was ist das? Oh, eine Taschenlampe. Die können wir noch oben gebrauchen. Dein Schlüssel. Zu klein, die eine Tür fitten. Vielleicht für den kleinen... Warte mal. Vielleicht für den kleinen... Vielleicht für den kleinen... Glockentürmchen. Lass doch mal gucken. Zack. There we go. That's as far as it goes. Ach quatsch. Guck mal. Wir können die Zeit beeinflussen. Wie geil ist das denn? There. An impact. Is that... Thomas? Ohh. There. Looks like a passage. Oh man.... Is that dein HERO? Faßerus? I could absorb some of that energy. As I moved the Clockhand, I realized it was a junction between realities. Es ist schwer, aber ich habe es vorher gesehen. Ich bin so verloren ohne dich. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Enough. Wir kommen zusammen. Kann ich meine Energie wegballern? Nein, das können wir nicht. Dann holst du mal wieder Neuenergie. Jetzt gibt es noch einen Eingang. Kann ich das vielleicht mit... ...zahlen? Auch nicht. Okay. Beendet muss es Nutze sein. So, die Taschen habe ich jetzt vorne dran. Okay. Aber... Ach, warte mal. Kann ich das... Ja, kann ich nicht mehr. Mist. Vielleicht könnte ich das Ding irgendwie schlecht schieben hier oder so. Was macht die nicht? Komm bitte. Warte mal. Vielleicht müssen wir es... ... so drehen, dass es auf ist. So, jetzt. Geht das? Okay, macht vielleicht eher Sinn, das so zu machen, ne? Wie cool ist das denn, ey? Ich frage mich, was hier auf der anderen Seite ist. Okay. Achtung. Let's see, ob es funktioniert. Wir gucken gleich, wir wollen gucken, was hier noch irgendwas gibt. Wollen wir es mitnehmen? Nö. Was soll das denn jetzt gebracht haben? Es gab irgendwie was Strom hier rein? Oh nein... Achtung. Ne, in der Uhr drehen nochmal. Ja, das hat so weit gehört. Okay. Ich muss ihn machen jetzt, wenn er da so steht. Nein, nicht mach es. Ich kann es nicht. Wir müssen. Okay, das ist die Normale. Warte, ich kann es fühlen, dass etwas falsch ist. Es kommt. Ich weiß auch nicht, ich sehe gar nichts hier. Aber warte mal. Oh, ich muss die Weile checken. Ich mag es nicht, dass ich da drin bin. Gewesen, aber was ist das hier alles? Ne, jetzt bringt es uns nicht weiter. Gehen wir mal raus. Gehen wir zur Ruhe. Stell jetzt noch mal so ein, wie gerade eben. Wollen wir doch mal kurz Energie? Gehen wir mal rein. Okay, jetzt kommen wir da rein. Äh... Doch nicht. Ach so, warte. Da müssen wir auch mal die Dinger anstellen. Den Bäcker wollte ich gerade sagen, die Uhr. Da müssen wir noch weiter rein kommen. Ja, guck mal. Aha. Gut. Oh... Oh... Ich werde nie daran verwendet werden. Was? Okay. Gut zu wissen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen, beruhigen Abend. Träumt doch was Schönes. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Oh, Mann. Du bist runter. Ich würde mich gleich malsequig, aber das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das. Vielen Dank.